Nicht jetzt! Ich habe gerade keine Zeit! Ach, was denn? Hallo? Bist du ein Fan von Yoastan30? Ja! Bist du ein Österreicher? Ja, ich bin Österreicher! Dann brauchst du ein Franzl-Merch! Franzl-Merch? Yoastan30.shop! 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 Jetzt Spaß mit los! Yoastan30.shop für das haftigen Franzl-Merch! Nämlich habe ich hier relativ viele Sachen. Zum einen habe ich hier ein richtig cooles Federmäppchen. Wie gesagt, Yoastan30.shop, wenn ihr das haben wollt, wenn ihr in die Schule geht. Dann habe ich noch hier einen Turmbeutel mit dem saftigen Franzl-Design oben. Wie gesagt, wenn ihr in die Schule geht, einfach Yoastan30.shop besuchen. Dann habe ich noch ein gutes altes Handy-Tasche, wo ihr euer Handy hier reingeben könnt. Jetzt habe ich hier mein Handy. Jetzt gebe ich das mal hier rein. So. Könnt ihr einfach ganz easy euer Handy reingeben. So. Dann kann man euer Handy reingeben. So. Und dann ist euer Handy drinnen. Mit der Tasche hier kann man einfach das Handy überall mit hinnehmen. Und ja, dann könnt ihr hier auf schöne Abenteuer gehen mit eurem Handy. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, jetzt geht es los mit dem Video. So. Hallo und Willkommen in Starfrager Minecraft The Wolf mit den Flo. Mit dem Dopsch und mit der Easy. Oh mei. Mit dem Dopsch. Mit dem Easy. Mit dem Easy. Mit dem Easy. Mit dem Dopsch und runter. Ah, jetzt bin ich schuldig. Schnell. Starten. Nein. Wieso lebe ich noch? Start. Also. Alright. Ähm. Okay. So. Nämlich. Ähm. Ich bin da a Wange. Ich bin die Wange. Heute spielen wir nicht Thanos Modus wieder. Oder. Ich bin Thanos Modus. Avenger Modus. Oder. Oder Tops. Warte mal. Tops Modus. Genau. Äh. Ich bin Tops Modus. Der aggressive. Tops Modus. Alright. Genau. Ich wollte mich heute fragen, Leute. Habt ihr irgendwelche schon Pläne, was ihr zu Weihnachten macht oder so? Äh. Oder was ihr euch wünscht? Äh. Ein und ausatmen. Ist immer mein Plan. Ich glaube. Ich spreche für einen Vielteil der Zuschauer. Und für viele. Ich werde einfach zu Hause sitzen nix machen. Und YouTube. Ja. Äh. Ich würde einfach. Caro. Was will ich machen? Auch zu Hause sitzen. Äh. Aber es ist schon geil. Wenn du wirklich mal chillst. Einfach wirklich nix machst. Einfach auf Netflix guckst. Oder. Wirklich einfach mal ein bisschen was zockst. Ich glaube. Netflix bringt sogar wieder einen Film raus zu Weihnachten. Das machen die. Das haben letztes Jahr irgendwie auch gemacht. Es ist. Ich schaue glaube ich gar kein Netflix. Ich schaue generell keine Filme momentan. Äh. Jürn. 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 Das guckt Jürn. Das ist ein Lieblingsprogramm. Was für ein Lieblingsprogramm? Das ist das Störbild. Das ist dieses Störbild. Weißt du denn so? Ey guck mal Dings. Kommt mal zu Burg. Den Diamantschwert. Ich hab den Diamantschwert. Zu Burg. Was ist denn der Burg? Komm mal wo hin. Ah ok. Er möchte dich umbringen. Er möchte dich umbringen. Ich hab zwei Slimepads. Ich hab zwei Slimepads mit Diamantschwert. Äh. Ja das kommt auf an. Also wenn es nicht der Wolf ist dann ja. Dann würde ich das wirklich. Aber wenn nicht dann nein. Ich hab 42 Rubinen. Was anderes? Thanos. Leute Leute Leute. Ich hab 54 Rubine. Ein Diamantschwert und zwei Slimepads. 54 Rubine. Schleim. 54 Rubine? Ja ja 54. Äh. So. So. Äh. So. Oh nein. Alright. Ähm. Ähm. Ich das wollte ich nicht. So. Was ist jetzt passiert? Oh nein Mensch. Ich wusste ich dass es so weit geht. Mein Shop ist geklärt was Leute. Ich glaube's mein Shop ist geklärt. Mein Shop ist geklärt. Dein Shop ist geklärt? Nein. Ja ich hab keinen Shop. Alter grad noch einen Shop. Ähh. Ich glaube dann. Gibt es überhaupt Shop reset? Ist das der Knopf? Ne? Ähh. Ähh. Ja das gibt es eigentlich überall glaube ich. Ja in Nordenwegen geht das glaube ich. Au! Äh. Ähh. Ah. Was kann ich mir denn kaufen? Golf ist der Julian. Es ist Flo. Ey, hör auf. Ich sag's dir, ich kill dich. Ich kill dich. Golf ist der Julian. Wer ist jetzt gestorben? Was? Wer ist jetzt gestorben? Es ist Hoops. Es ist der Hoops. Es ist... Ich werd Easy retten und dann kann Easy sagen, dass das Flo war weiter. Es ist Hoops. Easy schreibt, ja. Wenn ich reden darf, darf ich dann wenigstens essen? Das ist die Frage, Toops. Könntest du diese Frage beantworten? Easy darf nicht essen. Und ich hab auch keinen Shop gekriegt, lol. Ich hab auch grad gerealisiert, dass ich keinen Shop gekriegt habe. Toops ist arm. Ich brauch noch Rubine, Leute. Ich hab eine Rubine aufgebraucht. Hat er noch Rubine? Wo ist der Geheimgang hier? Ich mach jetzt Thanos Suche. Entweder Toops oder Chaos 5. Es ist so safe, Toops. Ich bin es nicht, nein. Es ist so safe, Toops. Ah, hier ist Shop Reset. Hast du hier Shop Reset? Ja, jeder kriegt Shop Reset. Ich krieg kein Shop Reset bei mir. Toops ist fair Bark. Toops, Toops ist der Barkstein. Oh Mann, ich kann Easy nicht retten. Ey, komm, ich kauf sie, wenn du willst. Ich kauf den Tank, mein ich. Ich kauf mal Easy. Okay, ich hab zwei Slimepads. Ich werde natürlich sowieso nie kriegen. Also, nachdem man Revolve ist. Ich vertraue dir nicht so geil. Komm, du testest. Ich geh dreimal testest. Nein, nein Attack Damage. Jön, 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 Jön. Ha, danke, jetzt hab ich alle Tarno-Steine. Mein Spaß. Jetzt. Es ist Julian! Wer ist es jetzt? Wer ist es denn jetzt? Es ist Julian! Nein, Attack Damage! Nein, Attack Damage! Nein, Attack Damage! Warte, easy, easy. Lock dich dorthin. Ja, ja, ja. Wo ist Flo, 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 Flo? Okay, okay. Was kauf ich mir? Was kauf ich mir? Kauf ich mir? Crowdisk, Crowdisk. Äh, Flo, bist du? Flo? Wo bist du? Ich bin bei der Burg, Jön. Keine Burg. Ich weiß genau, was du vor hast, Flo. Warte, warte, warte. Nein! Oh, ich hab zwei Kill Coins. Nein! Okay, so. Hm, was gibt's denn hier? Lotto-Tapper, Lotto-Tapper. Also, ich freu dich an, finde ich. Hm, so, ich hab noch keine Rüstung von mir drauf. Willkommen doch zur Burg. Also, Rüstung, so. Warum? Was ist das denn bei der Burg? Oh, der kommt zum Luftschiff, noch besser. Okay, ich komm zur Burg. So, dann nämlich Leute, wenn ich da in der Mitte Läufe, äh, Lauf, Läufe. In der Mitte Läufe, dann aktiver Flo, den Knopf. Und dann geht alles weg. Wo bist du? Warte, da steht irgendwo. Ich hab da stehen noch. Ich hab da stehen noch. Jetzt bin ich wieder am Spawn. Hä, wo bist du denn? Zwei Minuten noch hier dann. Hey, das ist unfair. Der rennt noch nicht weg. Na, wo ist er? Warte, du stehst gleich. Da ist er. Was? 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 Warum ist das denn? Ist das ein neuer Ding? Ist das ein neuer Ding? Ich hab mir keine Thanos-Steine kaufen können. Ja, aber das ist richtig schwer, dass du da hinkommst, wo der Knopf ist. Also da unten, gell? Jetzt hab ich nen Shop. So, ähm, ich würd sagen. Welchen Shop, Kops? Ist der Golfball? Welchen Shop? Den Eventer Shop. Hast du etwa den? Julian1330.shop Oder den? Shop von Kassel490.com Ich geb's die einzige Shop, die es gibt. Sonst gibt's keiner. Kops.de? Das ist ja kein Shop. Das ist nur ein de. Mein Lieblingsshop ist, äh, merchandise.ru Ah. Tops, sein Lieblingsshop ist alteomaStaten.com Stimmts, Tops? Ha? Tut mir leid, ich hörte ihn nicht grad zu. Ich glaube, Isi ist immer noch gemütet. Nein, 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 ich bin nicht gemütet. Isi ist immer noch... Sie konzentriert sich grad. Also wirklich. Wirklich, Tops. Ja. Tops hat dann Premium-Abonnummer. Premium-Abonnummer. Tops hat Dings. Der hat, äh, Aktien investiert in diese Seite. Aktien. Gibt, äh, es gibt da so, so, äh, Bitskits. Wolltest du mal MineCoin sagen? Oder so, Bitcoin, gell? Das ist richtig nötig. MineCoin? MineCoin. Es gibt wirklich MineCoin, wenn du beim Marktplatz was kaufst. Ja, ja. Ist nur auf PS4 oder Xbox, oder? Ey, abopo, was... Ist das so MineCoin wert? Meine Frage an euch. Was wünscht ihr euch eigentlich zu Weihnachten? Ich wünsche mir, ähm... Ey, Liquid, manche... Manche von meinen Zuschauer, die haben mir letztes Jahr geschrieben, die haben V-Bucks so zu Weihnachten bekommen. V-Bucks? Nein. Kennt ihr LavaCoin, der LavaCoin? Der hat irgendwie n'Galaxe Skins zu Weihnachten bekommen, gell? Hat ja immer gesagt, ne. Ja, heftig, gell? Dass man einfach Fortnite Skins kriegt zu Weihnachten. Vaterschön. Ich hab früher ne Dings bekommen, so Matchbox-Autos und so. Matchbox-Autos. Gen, Tops? Geh weg. Es ist Tops, es muss... Geh weg. Tops, nein! Komm, Jörn, Jörn. Jörn, aus! Es ist wirklich Tops, es ist wirklich. Jörn, aus! Mein Gott, Jörn. Ich muss Tops, ich muss Tops gehen. Tops ist auch... Hä? Hä? Es ist... Ich schlack Tops... Tops schlag mich so mit dem Schlagstock. Er rennt weg und sagt so, bitte, bitte auf, bitte auf. Er hüpft so runter, vor allem fliegt er runter. Okay, ähm... Was kann ich mir kaufen? Ich kaufe mal... Nein! Was ist wieder? Juni war's grad im Geld. Wieder. Hä? Du weißt. Achso, stimmt. Aber ich glaub ich nicht. Okay, ähm... Okay, äh... Was kann ich mir schönes kaufen? Wieder. So. So, Weapon Case wieder hoffentlich nix. Geht das eigentlich mit einem Weapon Case? Also, wenn das rollt, das ist... Oh, ich hab schon wieder einen neuen Attack, den man schwer kriegt. Wusstest du, wenn du hinterm Luftschiff bist und dich hochwirfst, äh, oben sind ganze tausend Kisten? Ja, wirklich? Komm, das ist hoch. Bababam, Enderpeller. Crash der Server? Nee, oder? Nie im Leben. Ich glaub, bei der Map crash der Server nicht. Nö, bei der stirbst du ja noch... Wenn du die Enderpeller aus der Welt wirfst, triffst du die Bearerblöcke und dann wirst du runtergeport und stirbt. Okay. Also, in der normalen Minecraft passiert ja nix, wenn du eine Enderpelle unter den Betrug wirfst. Nicht? Also, ja... Wenn du runterflickst... Dann stirbt die Enderpelle einfach. Zero. Ich hätte so sehr sterben. Nein, geh weg! Es ist wirklich so! Es verlor! Es verlor! Es verlor! Es verlor! Es ist so safe. Okay. Ich hab Randomizer. Wenn jetzt mein Inventar verschwindet, dann... Okay, ich hab... Is mich. Wo seid ihr jetzt? Wo seid ihr jetzt? Nein, nein, nein! Flo, tu's nicht! Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Was tut ihr da? Ich hab Angst, jemand. Ich will mich gehen! Ihr macht mir Angst, wo seid ihr? Wir treffen uns jetzt alle und dann kloppen wir uns, okay? In der Perle. Okay, ich bin... Ich bin safe. Wo? Safe? In Grönland. In Grönland. In Grönland. In Blauland. In Grünland. In Grünland. So, äh, wo seid ihr denn jetzt? Isi, lauf noch mal... Ich komm jetzt zum Spawn. 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 Lass mal testen gehen. Gibt's überhaupt einen Tester? Äh, oh, besser. Gibt's einen Tester? Es gibt einen Tester, der ist ähm, beim Turm. Wirklich? Hier ist ein Geschenk, das ist nicht geöffnet. Ist Test aktiv? Hi Isi. Los hier, geh weg! Es ist Flo, pass auf, pass auf, pass auf. Ich bin es aber nicht. Wo bist du? Ja, ist ja gut. Ich glaub Julian ist es. Wo bist du? Ja, das glaub ich auch. Ich bin überzeugt. Es ist safe Tops. Warte was? Ich mein Flo, ich mein Flo, ich mein Flo. Wir brauchen mal einen neuen Mitspieler, äh, damit Dings, damit wir die in unsere Fallen reinlocken können, die jeder von uns schon kennt. Na wohl Fallen? Hier ist ein ungelootetes Geschenk. Ein ungelootetes Geschenk. Können wir, apropos Geschenk, ich komm mal auch eigentlich Geschenk holen. Geschenk, 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 Geschenk. Äh, bababababam, ähm, wo seid ihr jetzt? Weg. Ich teste das Dings weg. Apropos, ähm, auch zum Thema, oh mein Gott. Oh, hä? Ich bin komplett, ich seh nichts. Hä? Julian, du hast da ein sehr schönes Spawneck platziert. Wer war das? Das ist eh Flo, wenn Flo schon die Ausrede macht. Äh, wenn Flo schon die Ausrede macht. Wo seid ihr denn? Oh mein Gott. Wer ist hier? Ihr macht mir Angst. Ich bin, ich bin am Spawne. Ey, ich könnte theoretisch aber auch Julian ins Zimmer gehen und nachschauen was er ist. Ein theoretischer Wunder, ja? Wo seid ihr denn jetzt? Aber nö, das kann ich nicht machen. Ich hab grad keine Ausrede. Wo ist er? Hi. Ist nicht wirklich so irgendwie komisch so. Flo, du lassst nicht reden. Tops, du lassst nicht reden. Wo ist Flo jetzt? Schau mal, hier ist die Falle, glaube ich. Nein, doch, ich hab eine Ausrede, Tops. Tops, wo hättest du? Ich weiß, wie Flo sich fühlt. Was? Wo ist denn jetzt Flo? Flo versteckt sich. Komm, wir müssen Flo schlafen. Nein, ich bin mit dem Turm die ganze Zeit. Dann lass zum Turm gehen, okay? Ja, bei welchem Turm? Da vorne ist ein Turm. Da vorne ist ein Turm. Okay. Das sagt er wirklich. Komm, komm, komm. Julian. Was denn? Krass, die Wache. Ich hab eine Heavy Duty. Für die Horde. Tops, getestet. Ich trau dir nicht. Andi, der Tester ist auf. Ja, lass testen, lass testen. Julian, pass auf, hier ist es. Hier ist es. Ich geh draußen testen. Ja, genau. Ich hab mir einen unsichtbar Trank eingefäffert. Kannst du sagen? Dattel Trank. Ey, du süß! Lo, ich hab überlebt! Na Gott. Weg, 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 weg! Lauf, Easy, lauf! Nein! Ah, hör auf! Oh, ne. Was? Wie viele Herzen hast du? Wie viele Herzen hast du? Ich hatte zwei, drei Slime-Persons. Ach so, Leute. Ich hatte auch zwei, äh... Drei Slime-Persons. Hauptsache, du hast mir an die andere Seite gemacht. Ah, ich würde jetzt auch irgendwie sagen, das passt für die Folge, ey. Und, äh, ich bin schon wieder Thanos, gell. Ich bin dreimal in der anderen Seite einfach. Ha! Was du denn ist Thanos? Ich habe Glück geklaut. Ich würde sagen, äh, lasst ein Like und ein Abo da, äh, für mehr. Und aktiviert die Glocke. Ich hab beide gerade geklebt. Ich sag, lasst ein Like und ein Abo da, und ähm, äh, schreibt einen per Tops in den Kommentaren. Hashtag Tops stinkt. Hashtag Tops stinkt. Und, äh, schreibt mir in den Kommentaren. Mach ich jetzt direkt. Mach ich jetzt direkt. Mach ich jetzt direkt. Und, äh, damit ich sagen, aktiviert die Glocke. Und tschoo! Mmh! Oh, people! Humh! Die sind zurück!